Der Josef ist jetzt in der Luft, das ist ein bisschen sicherer, er kann ein bisschen besser aufschwimmen und währenddessen möchte ich ihn, Rolli, von uns, zu uns bitten, zu mir da her. Und, Rolli, du hast einen Runden gefeiert und dementsprechend haben wir dir auch einen kleinen Lieblingslied gebracht für dich und den Peter Dittmeier, Bohemann, wo ist der Peter Dittmeier? Und alles Gute nachträglich, natürlich für dich einen kleinen Imbiss auch. Lasst es euch schmecken, alles Gute noch einmal nachträglich. Ja, und parallel haben wir ihn Rheini, er geht natürlich auf und sagt, dass man auch in der Leichtdruckmodell ein bisschen fliegen kann. Das klingt nicht gut über das Mikro. Ja, es ist sehr puckig oben. Ja, es ist sehr p części. Untertitelung des ZDF, 2020